Wir gehen auch tatsächlich direkt rein, Match zwischen Ruven und Linotox, das heißt wir sehen Chrom und Mewtwo. Die haben wir beide heute schon on-stream gesehen. Also Chrom ist ein Charakter, der ist oben auf jeden Fall mit dabei. Also sagst du, ist eigentlich relativ stark im Moment. Auf jeden Fall, ja. Also Chrom-Gerak zu seinen Gestärken. Ja. Okay. Ja, mal schauen, was hier jetzt so ausgespielt wird. Also ich muss auch sagen, Chrom kam mir sehr, sehr schnell vor. Ruven hat das letzte Match, was er on-stream gespielt hat, auch sehr, sehr schnell beendet. Ja, das stimmt. So, dementsprechend mal gucken, ob hier Linotox ein bisschen länger durchhält oder vielleicht sogar einen Upset bringen kann und die Begegnung für sich entscheiden darf. Also das sieht sehr gut aus, auf jeden Fall für Ruven. Ja. Obwohl jetzt sind sie ein bisschen eben. Oh, schönerst dann. Oh, das war... Oh, das killt. Dass das reicht, ist schon heftig tatsächlich. Muss ich sagen. Aber man hat jetzt hier ein Stock-Lead auf Seiten von Linotox. Mal schauen, ob Ruven das nochmal ausgleichen kann. Aber je mehr Damage Linotox jetzt anbringen kann, desto besser tatsächlich. Schöne Up-Airs hier. Oh. Oh, da geht's ins Schild rein. Die Frage ist, kann er mit Chrome jetzt hier edgegarden? Also Chrome auf jeden Fall hat super Aerials. Ja. Also... Er ist hier wirklich sehr, sehr stark. Finisht zwei Stocks von Ruven auch wirklich schon früh, muss man sagen. Also, Ringen und Tox ist heute wirklich on fire. Also man muss schon sagen, der hat mir auch sehr gut gefallen, schon die erste Runde, die er hier gespielt hat. Oh ja. Oh, und da ist er einmal raus. Ja. Aber hat immer noch den Stock-Lead hier theoretisch... Das war die Back-Air, glaube ich, von Chrome. Also... Geht super. Aber man sieht eben auch das Potenzial, was der Chrome hier hat. Mit wie viel Schaden man arbeitet. Ja. Aber die Aerials von Mewtwo scheinen auch gar nicht so schlecht zu sein. Also, ich finde, Balge sind super auf jeden Fall in der Luft. Es sieht einfach auch sehr, sehr ausgeglichen aus bis jetzt. Oh, es wird hier... Jetzt wird hier Lin und Tox aber ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Und Ruven kann ihn hier ein bisschen auf der Edge halten. Also, was Ruben angeht, ich hatte ja schon mein Vergnügen heute gegen Ruben. Ja. Und ja, es ist sehr gut geängelt für ihn. Ja. Ja, Lin und Tox kann hier vielleicht tatsächlich... Muss noch ein bisschen Schaden einfach anbringen. Hat ja auch noch einen zweiten Stock immer noch zur Verfügung. Die Frage ist, wie kann er jetzt hier sozusagen an der Edge spielen? Also, wenn er kommt, halt einmal richtig Oshkake-Sharkgang hat er ihn. Oh, schönes Ding. Damit geht die erste Runde tatsächlich direkt an Lin und Tox. Also, die Back-Air vom Mewtwo geht jetzt... Oh. Die ist sehr, sehr stark, muss man sagen. Haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesehen, dass er damit einfach auch früh finisht kann. Die Kicks halt irgendwie immer. Ja. Das stimmt. Das haben wir gerade gesehen. Das ist ein sehr solider Lead, muss man sagen. Doch, tatsächlich. Im ersten Stock noch relativ ausgeglichen, aber dann hat Lin und Tox wirklich schnell die Oberhand gehabt eben. Also, auf jeden Fall eigentlich nur für Lin und Tox, aber Ruben kann ja noch aufholen. Ja, eben. Also, diese Führung, sag ich mal, von der ersten Runde ist jetzt nicht so wild. Ja, eben. Alles, was ich noch mache. Die zweite Runde ist dann wichtiger. Ja, ganz gut. Weil jetzt kann Lin und Tox theoretisch sich so eine Führung erarbeiten, dass er immer den Matchpunkt hat. Mhm. Und das ist eben doch schon tatsächlich relativ relevant. So. Wir haben aber schon eben, ich habe schon mal nachgefragt, man bleibt auf der Karte einfach. Ähm. Weil das ein bisschen entspannter ist, als die ganze Zeit sozusagen die Karten zu picken und zu bannen. Auf jeden Fall wundervolle Musik. Ja. Muss man auch sagen. Aber zu Anfang wird sich ein bisschen beschnuppert. Also, auf jeden Fall Plattformen sind für Beige, denke ich mal gut. Ja. Vor allem für Chrom. Boah, schöne Kombo hier. Von Ruven. Schade, dass kommen keine so eine Ike ab hier, Alter. Ja. Könnte ein bisschen böse ausgehen. Ja. So. Oh. Oh, das hat wieder... Aha, man ist jetzt wieder an der Edge auf Seiten von Lin und Tox, aber kann sich hier nochmal recovern. Oh. Traded ein bisschen Prozente, aber Lin und Tox hat einfach schon deutlich mehr kassiert. Oh, diese Back... Ja, diese Range. Die unterschätzt man immer. Ja. Oh. Das war ein Early Finish hier. Das ist so eine beliebte Chrom und Groi-Kombo. Die man gerne mal macht. Oh. Oh. Ruven-Trad ist jetzt wirklich gut Prozente rein. Und hält jetzt Lin und Tox auch ein bisschen unter Druck an der Kante. Schöner Edge-Guard hier von ihm. Also Ruven ist jetzt auf jeden Fall drin. Ja. Oh, das war eine Menge Schaden jetzt von Mewtwo hier. Warum ist geshebt von Mewtwo so stark? Das ist schon heftig, wie stark der ist, so. Oh. Schöner Finish. Muss man sagen. Der auch schon mal schwarkeen. Ja. Oh, jetzt hier wieder... Die geben sich beide nicht viel. Beide im zweiten Stock sind nur 50% Unterschied jetzt effektiv. Oh, Lin und Tox. Hier mit einer schönen... Einfach mit einem schönen Versuch sozusagen Schaden überhaupt anzubringen. Ist aber schon ein bisschen behind jetzt 50%. Ja, kein Aschgung, außer richtig rein. Die spielen beide mit äußerst vor sich. Auf jeden Fall. Ja, aber Lin und Tox ist an der Kante hier. Und da macht Ruven wirklich schöne Arbeit. Und holt sich den nächsten Stock. Also Anger Kante macht kaum Gas, was er am besten kann. Ja. Das war Killing. Ja, ich glaube tatsächlich... Oh, das ist schon wieder heftig. Das ist schon wieder ein relativ schlechter Start von Lin und Tox in seinen letzten Stock. Da muss er echt ein bisschen aufpassen und schauen, dass er jetzt hier noch zurückkommen kann. Aber Ruven lässt ihm da jetzt nicht so viel Chancen. Hat ihn an der Kante. Oh. Lin und Tox jetzt hier nochmal mit dem Versuch. Aber ja, Krum macht hier wirklich sehr, sehr viel Damage einfach. Oh. Oh. Also wenn Lin und Tox Krum killen möchte, du musst den richtig weit Aufstage bekommen. Krum kommt nicht wieder zurück. Ja. Das ist so Krum seine Schwachstage. Ja, ist ein bisschen problematisch jetzt aber, dass Lin und Tox schon so viel kassiert hat, weil Ruven eben hier noch zwei Stocks hat. Oh. Aber hat jetzt Krum offstage gebracht und... Ah. Ah, gehabt, dude. Da wird er leider gefinished. Schade. Das ist der Ausgleich für Ruven. 1-1. Ja. Das heißt, weiterhin, keiner hat hier deutlich die Oberhand, sondern es ist eben sehr, sehr ausgeglichen insgesamt. Also das bleibt spannend. Ja. Gefeuerigen-Matches auf jeden Fall. Ja, muss man sagen, wir haben heute relativ viele ausgeglichenen Matches gesehen und zu Null wurden noch nicht so viel gesieht. Ja, ganz stimmt. Ganz stimmt. Das ist, ähm, vor allen Dingen im Best-of-Fives, muss ich sagen, hat man eben noch nicht so dieses gehabt, wo man sagt, boah, da ist ein riesen Skill-Gap, da wird wirklich jemand hart dominiert, sondern es war meistens eher, dass man vor-zurück war, dass eben mal das ein oder andere Spiel abgegeben wurde. Ja, stimmt, ja. So. Die Charaktere bleiben gleich. Das sind ja beides die Mains quasi. Pokémon-Scadium, okay. Ja. Genau. Was gängst du gängst? Hat Eingang-Charaktere einen besonderen Vorteil? Oh, ich weiß nicht. Also, ich hab das Gefühl, dass, ähm, Ruven irgendwie ein bisschen, ja, nicht flüssiger, aber dass er wirklich mit den Combs irgendwie ein bisschen mehr Schaden machen kann. So, und gerade Lino, also, auf der anderen Seite bei Mewtwo ist halt das Ding, wenn er halt einmal diesen Silberblick da trifft, beziehungsweise einmal Stunt. Ja. Ich weiß nicht, ob das der Silberblick ist, aber... Ja, Aussechser, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, wenn er damit einmal quasi trifft und da eine wirklich schöne Combo setzen kann, dann hat er da auch Chancen, finde ich. Aber prinzipiell ist, glaube ich, Com da ein bisschen einfacher zu handeln einfach. Ja, ich glaube, weil Com so schnell ist, kann er ja Mewtwo so überrennen einfach. Ja. Und mit schnellen Heben einfach hinterher sechsen. Genau wie sowas. Aber man tradet hier wirklich noch relativ viele Prozente. Ähm, Linotox hat jetzt Ruven hier an der Edge, kriegt aber auch einiges an Schaden, ist jetzt selber auf der Edge. Oh! Da hat Ruven nur drauf gewartet auf den Null-Cover. Ist aber nicht Ruven, Linotox kann auch aufholen. Ja, man muss jetzt hier einfach nur wirklich schnell... Ja, geil, geil. Ja, das ist ganz geil aufholen. Sehr nice. Das ist quasi jetzt Even wieder in Stocks. Das heißt, wir schauen mal, wer hier jetzt im nächsten Stock die Oberhand gewinnt. Ja, schöne Combo von Linotox. Oh! Oh, jetzt ist man aber... Das ist jetzt gefährlich hier. 70% schon wieder angesammelt. Super stark! Oh! Oh, ich liebe es ja, die Side-Bee zu sehen von Chrom. Ja, Chrom hat hier einfach die Oberhand, beziehungsweise Ruven wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Finish die Linotox auch schon wieder. Und der ist jetzt wieder in seinem letzten Stock. Also, ich fang nur mit der Side-Bee. Von Chrom, Roy und so, kann man so viel machen. Ja. Kannst gar mit Combo sexen, du kannst gar mit Killing, kannst gegen Gegner gar mit Pressern. Ja. Alles ist möglich. Oh! Das ist der letzte Finish gewesen, aber es war bei 80%. Also, Gas ging Schingel, Gas war echt Schingel. Das war eine sehr, sehr schnelle Runde. Und das ist halt jetzt der Matchpunkt immer wieder für Ruven. Und der kann jetzt Linotox hier auch ein bisschen mental unter Druck setzen. Da müssen wir eben jetzt schauen, wie sich das ausspielt, sozusagen. So. Habe ich das? Ja. Es bleibt genau gleich von den Charakteren. Okay, die Map gehabt auch. Ja. Mit Super-Pokémon-Rubin und Saphirmusik. Niemand will hier vergieren. Ich bin gerade sehr vorsichtig, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen an der Kante eben, aber da ist Chrom doch deutlich noch ein bisschen stärker als Mewtwo. Das würde ich auch sagen, ja. Also, an der Kante, Chrom hat er mehr die Kontrolle, auf jeden Fall. Genau. Also, wenn Linotox da Space hat, um sich zu bewegen, quasi auf der Stage, dann ist das in Ordnung. Aber er hat halt relativ wenig Optionen an der Kante. Chrom ist allgemein auch sehr stark. Ja. Und das Hexen sagt man gegen auf keinen Fall. Na, ich glaube auch gerade, Rufen hat ja im letzten Endset schon bewiesen, dass er eben mit dem Chrom auch einiges kann. Ja. Da muss man jetzt eben vielleicht sogar ein bisschen respektieren einfach. Aber Linotox, der prügelt sich munter weiter mit ihm. Und macht hier auch nicht so eine schlechte Figur. Oh, das ist einmaliger Kill. Das ist tatsächlich ein relativ early Kill. Stocklead hier für Linotox. Oh, never mind. Ja. Das ist wieder ausgeglichen. Komplett ausgeglichen wieder. Da dachte ich kurz, Linotox hat jetzt vielleicht mal die Oberhand, aber Rufen ist stark unterwegs und greicht hier mit dem Chrom einfach aus. Ob es noch ein 2-2 wird? Mal gucken. Ja, wenn es ein 2-2 wird, dann geht es immer in die fünfte Runde und das ist dann die spannendste. Aber momentan ist das halt wirklich auch noch sehr ausgeglichen. Also, ja, Chrom jetzt on the edge. Ah, Linotox kassiert hier wieder relativ viel. Okay, Backflow. Oh, schöner Edgeguard hier. Also Mewtwo kann echt auch gut edgeguarden. Das Problem ist nur, wenn er an der edgeguard eben oder beschäftigt ist damit zu edgeguarden, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann runtergeschmissen wird, ist ja auch nicht gering. Also Chrom kann dann ganz gut reversen gefühlt. Also so wer schnell ist wie Chrom, der kann ja locker mitkalken auf jeden Fall. Ja. Oh, da war ein schöner Kill. Nein, nicht Kill, Mann. Oh. Ja, doch, war ein schöner Kill. So. Das ist so ein bisschen Caster-Cursed. Oh. Aber jetzt haben wir wieder hier Ruven, der Linotox an der Kante hält. Der recovert aber nochmal. Wir haben jetzt den Stock-Lead für Mewtwo. Der hat zwei Stocks. Ruven auf seinem Chrom hat nur noch einen, mit dem er arbeiten kann. Okay, Garry Factor gerade. Oh. Oh, ja, aber schon wieder 130% auf Mewtwo-R. Oh, das war's. Ja, das ist jetzt der letzte Stock. Es ist wieder ihm. Ja. Oh, schön viel Schaden. Jetzt ist aber wieder an der Kante. Das macht glaube ich so 20% irgendwie so. Das Problem ist, man findet sich jetzt wieder an der Kante und da ist Chrom, wie wir schon gesagt haben, wirklich sehr, sehr stark. Mhm. Ja, aber Linotox jetzt hier mit einer schönen Antwort eigentlich. Oh, die Nute, er ist auch so stark, was Schaden am Begriff. Ja. Okay, das war ein guter Dodge. Oh. Ja, man ist jetzt hier wieder an der Kante. Er schaut... Oh. Oh, schön. Nee, komm, er übergeht noch. Er kommt auch wieder hoch. Oh. Never mind. Schönes Ding. Oh. Das war wirklich sehr stark für den Dux hier. Also ich hab's wirklich, ich hab's 2-2 geworden. Ja. Und wir haben jetzt hier Runde Nummer 5 gleich zwischen den beiden. Und da war eben das, was du angesprochen hast, das Betäuben von Mewtwo. Ja. Und dann wirklich ist er da in der Lage, in dem Moment wirklich viel, viel Schaden anzubringen. Und hat dann eben in der R den... Ähm... Einfach nochmal denied den Jump. Also wenn Linotox das wirklich schafft, immer gegen Gegner zu stangen, dann hat er wirklich einen Vorteil. Ja, das stimmt. In dem Moment einfach wirklich sehr, sehr viel Schaden, den man da anbringen kann. Und dadurch eben dann auch die Oberhand. Und jetzt ist ein bisschen Druck da für die beiden, tatsächlich. Ähm... Genau. Also ich bin wirklich gespannt, wie es ausgehen wird. Ja, ob es Ruben gegen Sieg oder Hulk gegen Rino? Man muss sagen, die beiden geben sich halt echt nicht viel, ne? Das ist, ähm... Da wird sich wirklich aktiv gebrault. Und ich finde, sie sind beide auch even vom Skill-Gabble her. Ja. Auf jeden Fall. Eigentlich, äh... Ja, das ist natürlich schon relativ, relativ even. So. Ich finde allgemein, Ruben hat hier ein bisschen den besseren Vorteil, weil Chrom halt so schnell ist. Das stimmt, das ist ganz nützlich eigentlich. Ähm, weil man da eben auch die Projektile easy durchschen kann. Ja. Ähm... Und wenn Chrom halt einmal am Mew2 krank ist, hat Mew2 ne schwere Side. Oh. Denutox? Ah, direkt offstage hier. Oh, aber macht er... Oh. So, early ist es immer schwer, schon was dazu zu sagen, wie das verläuft. Aber man sieht ja wieder Chrom an der Edge. Oh, und Denutox muss jetzt gucken, wie er da eben rauskommt. Und wie er ein bisschen mehr Raum hat, um eben auch seine Reichweite da zu nutzen. Oh, Appi? Oh, das war viel, viel Damage, den man da anbringen konnte. Und der hängt jetzt hier an der Kante. Ja, macht jetzt auch ein bisschen Return Damage. Also man tradet da ein bisschen munter gegen. Am Beruven hier noch ein bisschen mehr mit der Oberhand. Oh, das wäre ganz gang geworden. Oh, ja, das reicht schon. Ah, schwierig. Rufen wir jetzt mit dem Stocklead. Ja, allgemein Mewtwo ist ja ein etwas reichgerer Charakter. Und Chrom hat ja eine Menge Killpower. Ja. Das merkt man dann doch schon hier. Mhm. Ähm, tatsächlich. Und ja, die Edge-Control, das ist eben die Sache, die angesprochen wurde. Da hat Mewtwo einfach Schwierigkeiten gegen Chrom. Das finde ich aber auch, ja. So, da... Aber Rufen macht das ja auch gut, Deck. Der treibt Denutox immer wieder zu der Kante. Und Rufen nutzt auch die Ranger, ein Geschwertes, sehr gut aus. Ja. Also er geht jetzt nicht so ungerang, aber noch weit weg genug, dass er die spitzige Schwertes trifft. Das finde ich gut. Ja. Ja. Das ist nicht einfach für Denutox. Ne. Das ist jetzt sehr, sehr schwierig. Auch weil wir tendenziell halt gesehen haben, wie viel Schaden eben dieser Chrom mitbringt und wie schnell er exekuten kann. Beziehungsweise killen kann. Da muss man ja jetzt wirklich vorsichtig spielen auf Seiten von Denutox, dass er auch nicht so viel Schaden nimmt. Insgesamt. Okay. Also er macht es gut. Er macht es sehr gut. Er hat gegen Chrom gerade ein bisschen on Pressure. Ja. Ich sag mal so, er kriecht gerade ein bisschen Pressure raus, aber er ist eben immer noch ein Stock hinten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, er muss jetzt eigentlich hier Chrom auch schon demnächst finishen. Und das ist halt, wenn Chrom halt einmal an ihn gerang ist, gerang ist auch vorbei. Ja. Ja. Und jetzt, ja. Under Edge gekillt. Damit entscheidet Rufen verdient, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. In seinem dritten Siegesmatch die gesamte Begegnung für sich.